Musik Der Bus brachte uns nach Kaltenleut geben, wo wir durch den Ellingraben zur Sulzerhöhe aufstiegen. Der Frühling ist voll im Aufblühen. Wir wanderten runter nach Rohrbach, umgingen wegen der schöneren Aussicht den Weinberg und kamen über Dornbach rauf zum Lindenhof. Musik Am Sonnenbankerl beim Bruckel in Buchlbach genossen wird die Mittagseinkehr. Musik Musik Am Sonnenbankerl beim Bruckel in Buchlbach Am Sonnenbankerl beim Bruckel in Buchlbach Amuten Am Sonnenbankerl beim Bruckel in Buchlbach Bis auf einem wegen Waldarbeiten gesperrten Weg kamen wir flott voran. Da noch Zeit bis zum Bus blieb, schauten wir in die Pfarrkirche von Sulz. Bis zum nächsten Mal.